Schwierige Frage. Beides sehr gerne. Wenn ich Zeit habe, dann gerne zu Bad. Vor allem im Winter. Meistens gehe ich aber duschen, aufgrund davon, dass es schnell gehen muss. Ich möchte mich jetzt aber nicht für etwas entscheiden. Ich bin schon mal der erste Joker. Zweiter Joker. Am liebsten zuerst fahren und nachher den Club wechseln. Weder noch. Senf. Etwas zu einer Wurst oder so. Meistens habe ich gar nie. Ich nehme den Frühling. Ich finde es beides cool. Aber den Frühling, weil es dort immer so Solz-Ski-Touren gibt. Darum würde ich mich für den Frühling entscheiden. Aktien. Vor allem aktuell. Wenn man schaut, wie viele Rendite man auf dem Bankkonto hat, würde ich mich für die Aktien entscheiden. Früher hätte ich gesagt, Pasta. Mittlerweile habe ich jetzt von Pasta auf Reis gewechselt und Pizza habe ich nachher vor sehr gerne. Darum Pizza.